Willkommen zurück, Leute im Wald. Ich habe da was Schönes vorbereitet für euch. Guckt euch mal das an. Das ist ein Camping-Goroll. Langweilig? Ja. Da ist da! Warum ist der kaputt? Oh, wieder repariert. Diesen Toaster mal ausprobieren. Wir brauchen Gas. Ohne Gas ist nichts los. Komm her du. Okay, machen wir den Toaster erstmal weg. So, hier ist der Funke. Mann, da kriege ich schon einen Stromschlag fast. So, probieren wir mal aus mal. Eilandswetter. Ah! Da kommt irgendwo Gas raus. Oder? Das Ding ist nicht undicht. Junge, ist das warm. Das Ding da oben drauf. Ach du Scheiße. Uh! Haha. Wir haben Toastbrötchen. Aber es ist doch kein Toast. Meine Hänge sind dreckig. Egal. Nimm mal die linke Hand, die ist sauber. Es geht ja nur ums Probieren, ob es funktioniert. Jetzt ist da flatterter Scheiße hier der Hane. Na mal komm, es funktioniert. Glaub ich soll das umdrehen. Ach du Kacke. Mal gucken, ob der Toaster was taugt. Oh Gott! Also, so Regen tust du mal hier nicht im Wald. Herrlich! oh Gott mein ganzes Gas tu es es ist kalt jetzt red mal ein bisschen zu hier das ist ja echt stark hier aber es war funktioniert aber es ist glössig geil das ist so südlich heiß ja miesen-toast-potate ich glaube das wäre besser aber nein es ist schön knusprig und es ist schön warm hier im Wald und es gibt schönere und es knistert ja gut taught ab ja 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 ja